Und wir sagen guten Abend, hier ist das Nachtjournal am Freitag, heute mit diesen Themen. Der nächste Bitte, auch CDU-Kanzlerkandidat Laschet hat in einem Buch abgeschrieben. Wann geht es im Wahlkampf eigentlich mal um Politik? Wir blicken auf den Extremsommer am Mittelmeer, in der Türkei und in Italien wüten heftige Brände. Griechenland ächzt unter Temperaturen von bis zu 45 Grad. Und daddeln im Namen der Wissenschaft. Diese Senioren sollen herausfinden, wie sich Videospiele auf die Gesundheit auswirken. Tja, die Union kommt einfach nicht zur Ruhe. Und das liegt nicht nur daran, dass eben jetzt auch Armin Laschet in einem Buch offenbar abgeschrieben hat, das wurde heute bekannt, sondern auch, dass es intern auch schon wieder Krieg ist.